Servus und herzlich willkommen, wieder mal gestorben. Ich glaube es gibt keinen Einsatz, wo ich nicht sterbe. Naja, was soll's. So, jetzt bin ich hier unterhalb. Da muss ich einfach nur auf die andere Seite. Highground, alles wegballern. Und schon hat sich der Schwan erledigt. Ich hab'n rauen Hals. Das haben sie jetzt aber nicht geschnallt, oder? Vorhin hat er Alarm gegeben. Not, was? Was hat er jetzt gesch... geschieb? Das sind echt viele. Was war hier? Not? Oh, ist der nah da. Aha, er hat mich abgenutzt da oben, genau. Miese Sau. Das ist ja riesig, wie soll ich denn das alleine machen? Kann ich mich irgendwo reinmodeln? Da ist noch einer im Wachturm. Noch einer in der Wache hier hinten. Das ist, glaube ich, am besten, hä? Wo muss ich denn genau hin? Irgendwo hier, oder was? Hier in dieses Gebäude. Öffnen. Ah, ja, natürlich muss ich hier hin, oder? Das muss ich öffnen. Lass mich verarschen, wir sollen das gehen alleine. Der Funker, ja. Der muss eigentlich als erstes weg. Oh, es sind ja tausende Menschen. Kann ich ja noch ein Ding machen. Besten hier hoch auf dem Berg, oder? Und dann alles von oben wegballern. Bam, 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 bam. Oh, wie viele Hubschrauber haben die denn? Ein kleiner und dicke Olga hier. 4, 1, 2, 3, 4, 5 Hubschrauberlandeplätze. Ja, das muss einer zu viel Kohle, ja? Aber hier oben ist nicht viel los. An Überwachung. Oh, scheiß Drohnen haben sie auch noch. Und wir merken, wie hier rumhamstert. Erstmal hier Observation. Oh nein, hier ist dieses Ding. Na? Klickt es doch an. Aber das ist kein Schießeding. Das ist ein Logo. Hehehe, du warst scheiße. Naja, so viele sind es dann doch nicht, oder? Da läuft er. Wo sitze ich? Irgendwo da hinten? Da im Strauch sitze ich. Riesenfußgängerzeichen. Hier geht ein Fußgänger. Hier und hier. Was ist das denn eigentlich hier? Was heißt denn das? Das bedeutet, hier muss ich rein, oder was? Du, das sind echt viele. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Am besten von da oben her, mit dem Fallschirm aufs Dach und dann... Oh, Papa. Zuerst die Droh... Oh, oh. Du hast Akku? Akku leer, okay. Nein, nein, du, was? Die Schweine rollt da hier, was machst du denn du? Wo war denn jetzt dieser Turm? Okay, der war doch hier irgendwo. Was sieht mich denn da alles? Wo ist der Turmann? Da ist einer. Geht das? Nee, das. Okay, der Turmann ist weg. Wo ist der andere Turmann? Es waren noch zwei Türme. Was hat mich denn da von rechts gesehen? Was ist denn der andere Scheiß-Türmann? Da waren noch zwei. Wer sieht mich? Das heißt nicht, die Drohne soll sich in den Dreck schmeißen. Lass mich jetzt verarschen. Wer sieht mich denn jetzt hier? Ich hab keinen Plan, ehrlich gesagt. Komm, kletter rauf. Schaffst du nicht, gell? Pfeife. Aber hier, 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 schaffst du's. Komm, hier, hier. Ich schaffst du's natürlich auch nicht. Du bist mir schon so ein Kletterhans hier. Da, rauf jetzt, da. Alter, Mann, was ist das für ne Pfeife, hey. Er kann nichts klettern. Ach, den schafft er komischerweise. Nein, ich will da hoch. Da hoch. Erstmal das wegpumpen, was man so sieht. Von hier. Ist natürlich ziemlich weit weg, aber... Oh mein Gott. Ah, ja, da ist er. Nee, öle, öle. Ist das der Turmann? Man sieht ihn halt leider nicht. Mhm. Okay, hier sind wir eindeutig zu weit weg. Scheiße, die. Ach, naja, wie das wohl die Profis spielen? Die knallen einfach alle ab. Das kacke, die thingen unter den Baum ist. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, sie können ja nicht wissen, wo ich bin, oder? Wenn das Ding einfach nur explodiert. Bin ja gespannt. 요, ja, da ist das. Und dann sind wir... So, jetzt kommen wir... ...due ich... ...due ich mal. So, jetzt können wir... ...due dich mal... ...due ich mal... ...due ich auch mal. Due ich... Ich bin getroffen. Ne, der haut ab. Hoffe ich mal. Nicht, dass er wieder zurückkommt. Wieso? Was? Wieso kommen die jetzt hierher? Also ich bin ja hier ganz nixmäuschenstill. Der hat schon Panik. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich schrei nicht, welche Angst da überhaupt nix los ist. Ich muss mich nur ruhig halten. Der Strom ist weg, dann geht ihre blöde Schussanlage nicht. Ich weiß nicht, ob die Drohnen dann, glaube ich, die gehen schon noch. Bin mir nicht ganz sicher. Laufen sie wieder zum Auto. Fantastisch. Könnte ich eigentlich... Warte mal. Schallamati. überdeckt Übernühe! Oh! Von rechts? Wieso von rechts? Wer sieht mich? Scharfschützen Heinrich, oder? Ach, meine Taktik ist doch kacke, oder? Das sind irgendwie zu viele. Bisher nichts, aber das ändert sich gleich. Ich finde sie! Hier ist jemand, ich weiß es! Ich auch! Bisher nichts, aber das ändert sich gleich. Ich finde sie! Hier ist jemand, ich weiß es! Ja komm raus, ums Eck! Hier ist jemand, ich weiß es! Bisher nichts! Doch hier! Aber das ändert sich gleich! Was hält sie aus ihrem Versteck? Der Feind ist hier irgendwo! Wenn ich diese Schweine finde, dann werden sie büßen. Ich werde sie schon finden! Halt sie aus ihrem Versteck! Zorn!" Der Feind ist nicht geblieben! unuz geht los! Geht ihr aus? Ich habe gerade gesehen. Du hast gar keinen getroffen. Jetzt wissen sie, wo ich bin, oder? Er sieht mich durch die Bäume. Ich ihn nicht, oder? Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. So, du Arschloch, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich die High Position hier. Hey, schieb weiter! Hey, schieb weiter! Hey, schieb weiter! Wehe in Deckung! Wir müssen dieses Schwein aufhalten! Weit verloren! Jagen wir ihn! Weitere! Weitere! Die KI sei nicht voll dumm, wenn alle auf einmal kommen würden, die gar keine Chance. Wir machen alles anders, das wird mir zu langleidig hier hinten. Wichtig ist, dass die Drohnen weg sind. Die sind echt gefährlich. Aurora Survival Shelter. Wichtig ist, dass die Drohnen weg sind. Die Drohnen weg sind. Die Drohnen weg sind. Die Drohnen weg sind. Ich war hier doch schon mal. Ich kenn doch das Gebiet. Freilich. Das konnte man da nicht. Die ist aber eine Idee. Eine linke. Ich war hier schon mal. Ja, ja. Ich kann mich an diese Dinge hier... Alter, nicht runterfallen. Ach so, geht nicht. Ich dachte, man kommt ganz hoch. Ich dachte, man kommt ganz hoch. Das war knapp. Das sind jetzt alle. Aha, das sind Gefangene, oder? Wenn ich die befreie, die machen Rabatz. Okay. Guck mal, wir versuchen die Gefangenen... Ich kletter doch. Versuchen mal die Gefangenen zu befreien. Oh, Moment. Neue Idee. Die Gefangenen, die schießen zu viel rum. Man sieht von hier nix komischerweise. Vorhin waren sie alle hier hinter der Mauer rumgehockt. Okay, ich sehe auch noch die, die ich mögen. Ja, ich drücke doch. Ich glaube, die sind alle im Gebäude mittlerweile. Da war doch irgendwo die Info. Hier. Schnell, 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 schnell. Komm, Ghost, weiter, weiter, weiter. Wo ist der Eichsperrte? Da. Was war das hier? So, ich hab dich befreit. Sei mal lieber freundlicher zu mir. Ich suchte dir deine Entdeckung. Wir wurden entdeckt! Achtung! Was? 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 Ich lass ihn machen. Das gibt's doch auf kein Schiff, Mann, hey. Ach. Du, verfehle ich den. Na hier. Die umgehen mich, oder? Falsche Gehör. Okay, bringen sie unter die Erde. Ich seh nix. Die sind alle in dem scheiß Gebäude drin, oder? Guckt man da nicht rein? Ne. Aha, da ist ne Mauer. Und jetzt? Pass auf, Mistix. Und jetzt? Oh. Oh. Phasbrei abschauen! Oh. In Schotze! Ja! Ah! 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 Ich denke, es war die Brüder. Es ist easy! Komm schon. Alter, scheiße. Wo ist er? Was ist diese Kackdrohne? Was ist die Kackdrohne? Ach, Gott! Hier Sind auch da welche eingesperrt oder was Oder was muss ich hier machen Hä Hier muss ich doch was tun Ist das unterirdisch oder wo ist das Oder ist das im Gebäude drin oder Entdeckung, Entdeckung Ja ja Ich werde das Oh, wo bin ich hier vorbeigelogen worden Aha Die Wichser kriegen Saures Das ist doch hier oder Ne Was ist das denn Ist das unterirdisch, oberirdisch, oberirdisch Oberirdisch Ja Konzentriert euch Niemand überlebt uns Und macht sie kalt Wer habe ich jetzt gesehen Ich will diese Kiste Der ist auf der anderen Seite Der ist auf der anderen Seite, oder Okay, der ist auf der anderen Seite vermutlich Achso, hier eine Wendeltreppe Aha, da geht's rum Okay, wie komme ich zu der Kiste Okay, wie komme ich zu der Kiste Die ist auch draußen Naja Ja 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 Du bist tot, du Häufchen Elend! Das dauert nicht lange. Alter, ich komm mit zu der Party! Nötz dir! Volltreffer! Mach sie kalt! Na komm! Wir halten den Ghost hier auf! Er darf nicht weiter ins Gefängnis vor sich. Halt mich mal auf! Bleibt in Deckel! Deckel! Die Arschlöcher sind tot! Ist der oben? Holt sie euch! Wir halten den Ghost. Ich greife an! Macht sie kalt! Oh, mein Arsch tut schon weh vom Sitzen. Brauchen wir noch einen Stuhl. Wurde sie jetzt hier und probieren es weiter. Ja, mach ich. Was ist jetzt los? Es geht hier auch noch der Alarm los. Jetzt kommen sie dann alle, oder? Oh, die Grünen kommen. Die kommen im Knast. Ah, ihr habt ja so ein Knast befreit. Jawoll. Die Grünen kommen. Die Faschis. Die Antifa-Idioten. Die Randalierer, die alles nur zerstören, sonst nix. Ich muss runter. Ist das ein Ausbruch? Ja, Karl Schism wartet draußen. Er wird sie alle in Sicherheit bringen. Chevy. Karl? Er ist hier? Ja. Jetzt kommen sie. Ich will keinen Ärger. Bleib in Deckung! Wo sind die denn alle? Bleib auf! Hier und wo lang? Runter? Oh. Wieso? Oh. Die gehen mit mir mit. Aha. Okay. Wo geht es jetzt hier wieder raus? Keine Ahnung, wo bin ich denn vorhin rausgegangen? Bitte in Ruhe. Die sagt zu mir, lass mich in Ruhe, läuft mir aber hinterher. Geh auf! Unten bleiben! Lass nach uns! Muss ich die dahinter bringen, oder was? Dahin zum... Ja, aber vorher wollte ich eigentlich schon noch... Lassen Sie mich doch in Ruhe! ...diese Sonderdinge jetzt da drüben machen. Das wollen Sie! Bleiben Sie! Bleiben Sie an! Bleiben Sie an! Hab zu tun! Lauf mir gleich hinterher! Geht weg! Geht mit euch nichts zu tun haben! Geht weg! Geht mit euch nichts zu tun haben! Was ist denn dieses... ...dieses grüne Ding? Wo muss ich denn das machen? Ich check's nicht. Wenn ich doch schon mal hier bin. Was ist denn irgendwo runtergehen, oder? Was ist denn das grüne Lappending? Oh, blaue Kissen! Ich laufe schon wieder nur kreuzig, ne? Wo voll überzogen habe ich auch schon. Wo ist die blaue Kisse? Da oben! Hä? Gern Sie! Ich will keine probieren! Da kriegst du ja auch nicht. Ich muss nur hinterherlaufen. So, eine blaue Kiste holen. Ich weiß, was da drin ist. Und die will ich auch noch haben. Oh, die Alarm geben tierisch auf die Nerven. Wo? Wo? Wo war die blaue Kiste jetzt? Lassen Sie mich doch in Ruhe! Ja! Geh doch hin, wo du willst! Geh doch hin, wo du willst! Geh doch hin, wo du willst! Brauch doch nicht auf mich warten hier! Halt, 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 halt! Was wollen Sie? Wir laufen hinterher und... Ich muss hier alles absuchen. Achso, das ist eine Scheibe. Moment mal! Moment mal! Das war doch mal mein Büro! Blaupäuschen! So, und irgendwo war noch eine Info. Hier! Info... Und dieses grüne... ... ist da unten. Okay. Geh doch immer rum wie so ein Blinder hier. Ja! Oh Gott! Hören Sie, ich will keine Probleme! Ach so! Hey, scheiße! Ach so! Oh Gott! Ach so! Naja, was stellst du dich denn dahinter, Trottel? Was hat er jetzt? Was ist denn mit dem jetzt los? Jetzt komm ich da nicht drüber, ich glaub's nicht. Schau mal, der kommt hier nicht durch. Wieso kann ich jetzt hier nicht raus? Eine unsichtbare Wand. Ach, was ist denn das für ein Bug? Bin doch hier reingegangen auch. Ach, Gott sei Dank. Ist das der LKW, den ich stehlen muss, oder was? Geht jetzt nicht mit. Leute. Auto ist zu klein. Pass auf, ich fahr den LKW raus und komm wieder zurück. Ich weiß zwar nicht, wo ich den hinfahren muss, ehrlich gesagt. Das ist der LKW, der LKW sitzt fest. Das war's. Alle zum Hubschrauber. Hören Sie, ich will keine Probleme. Hier lang. Ich flieg' euch raus mit dem Dicken da. Passen die da alle hier drauf? Eins, zwei, drei, vier. Wie viele sind denn das? Eins, zwei... Reit ihr alle? Alle hier rein. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Alter, was war das? Was bin ich zu weit entfernt? Halt, halt, halt. Beeilung, los jetzt! Kao, bist das wirklich du? Ja, jetzt komm schon! Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, dich zu sehen. Na, los jetzt! Bewegung! Hab zu tun. Nehmen Sie mich bitte in Ruhe. Muss ich die jetzt fahren, oder was? Ich kann leider das Brot durchbrechen. Ersteig halt ein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was wollen Sie? Ich kann doch als Schütze einsteigen, oder was? Oder wie? Alter, was ist denn jetzt? Sieh, jetzt sehe ich schon wieder voll. Und, fahrt wer? Was hab ich mir denn getan? Okay, da fahr' ich. Macht nix. John, der blendet mich. Was ziersch? Was? Ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist so schlecht. 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 Boah, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Das war's. 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 Das war's.